Fühlst du dich müde und gestresst und bist auf der Suche nach neuen Wegen zu mehr Vitalität und Wohlbefinden? Ja, dann bleib unbedingt dran, entdecke die Geheimnisse deines Wohlbefindens, tieferen Schlafs und eine Wache erfrischt und energiegeladen jeden Morgen auf. Ja, bleib unbedingt dran, wenn du weisst, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören und wie wir mit dem Universum verbunden sind. Ja, und wenn du willst, dann kannst du auch noch dein Wohlbefinden in deine eigenen Hände nehmen und natürlich möchtest du auch Selbstverantwortung für dich und deine Familie übernehmen und natürlich auch mehr Wissen aneignen, dann bist du nämlich hier richtig. Hallo, ich bin Manuela, ich bin Holistic Coach und ich bin die Gründerin von der Living Harmony und hier zeige ich dir Tipps und Tricks für dein Wohlbefinden. Weisst du eigentlich, wie kraftvoll deine Hände sind? Ja, wenn du deine Hände aneinanderreibst und dann deine warmen Handflächen auf eine Körperstelle legst, die dir ein bisschen Sorgen bereitet, dann kannst du ganz schnell dir was Gutes tun. Und zwar reibst du einfach deine Hände, bis sie schön warm sind und dann legst du sie einfach auf eine Körperstelle, wie zum Beispiel diesen Ellenbogen und schon kannst es dir ganz schnell wieder besser gehen. Selbstvermächtigung war noch nie so einfach. Jeder kennt das, das ist ein kleines bisschen Lavendel. Ja, und wenn du deine Schlafqualität etwas verbessern möchtest, dann kannst du ganz einfach an diesem Büschel riechen oder davon einen Tee machen vor dem Schlafen gehen und schon verbesserst du deine schönen Träume. Ja, und hast du gewusst, dass wir Mudras machen können, das sind ganz einfache Finger-Yoga-Übungen, in denen du ganz einfach die Finger aneinanderbrichst und schon kannst du damit dein Aura-Feld stärken und in dein Wohlbefinden kommen. Ja, Selbstvermächtigung war noch nie so einfach. Ja, verpasse auf keinen Fall die Chance, das Beste aus dir rauszuholen und ein Leben im Gleichgewicht, im Glück und in Erfüllung zu führen. Ja, wenn dir solche Tipps und Tricks für dein Wohlbefinden gefallen haben, dann sichere dir unbedingt mein kostenloses Videotraining, was für alle zugänglich ist, egal ob du bereits Erfahrung hast mit zusätzlichen Genesungsmethoden. In meinem kostenlosen Videotraining wirst du erfahren, was ganzheitliches Wohlbefinden wirklich bedeutet und wie man mit einer Gratis-Technik wieder das Leben ins Gleichgewicht bringen kann. Ja, und was haben dann die Löwenzahnblüten mit unserem Solarplexus zu tun? Ja, das alles erfährst du in meinem kostenlosen Videotraining. Also verpasse auf keinen Fall die Chance, mein kostenloses Videotraining anzuschauen. Klicke unten auf den Link und ich freue mich auf dich. Ciao!